Oder ich esse einfach Fleisch. Nein! Die kommen verdammt nochmal immer von hinten. Nein! Scheiße! Boah, ey. Richtig ekelhaft, die Viecher. Das ist ein dummer Körper, ey. Also wenn ich das Fleisch nicht gegessen hätte, dann wäre ich irgendwie doof gegangen. Ach du Scheiße, ich dachte schon für einen Moment, was schubst mich da an, ey. Ich baue mich einfach zur Sicherheit nach oben. Mann, ich habe so ein freies Inventar. Scheiße. Ja, wir sehen das recht so ungefähr aus. Wenn man sich schlau anstellt. So. Okay. Na ja, dann würde ich mal sagen, komm mit, Woofie. Und ja. Dann. Hm. Keine Ahnung. Nehmen wir noch ein bisschen Wolle mit. Und ja, keine Ahnung. Lass mal uns nach oben bauen. Ich habe mal Lust darauf. Hm. Freut sich aber auch nur, womit. Das Bett brauche ich gar nichts. Und da hinten habe ich doch Stein weggeworfen. Ja, genau. Das benutze ich jetzt, um mich nach oben zu klettern. Ding. Bleib mal stehen. Ich kann jetzt kein totes Ding, Tierviech gebrochen. Ha. Ding. Äh. Sehr witzig. Naja, ich spiele schon weiter an. Das ist praktisch. La 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 la. So. Naja, einige Musik, die kennt man noch schon aus vorherigen Parts. Also Aufnahmen halt. Naja, also ich habe halt nach ein paar Musikstücke. Hier wird schon selten so Playlist halt eben nur gesucht. Und na, dann kann das eben raus. Dann habe ich es einfach ohne Glück. Äh, wirksicht auf Verluste. Don't reload it. Don't reload it. Oh, Crafting Table. Ist sicherlich sehr wertvoll. Ach du Scheiße. Okay. Das ist ein Viech. Na, ich bin, ne? Okay. So. Äh, naja. Kann ich nicht gebrochen. Und außerdem, ich bin ja eh Gart. Na ja, er wird schon. Ich habe jetzt eh nicht viele Ressourcen da und... Na, äh, puh. Was red ich da? Ich habe eh nicht viel Platz, meinte ich. Und deshalb... Na ja. Der macht das keinen Sinn. Ach Gott, ich habe keinen Platz, ey. Keinen Platz, das ist ekelhaft. Und die baue ich eh nicht. Die ist zwar wertvoll, aber ich brauche die ja eh nicht. Ich farme ja eh nicht. Und deshalb brauche ich die ja eh nicht. Äh. Äh, ich muss mich noch unten bauen. Oh. Kaputt. Warum nehme ich immer Alwen, ey? Fuh. Fuh, fu. Äh. Und ich kann ja auch schlecht eine Kiste bauen, ne? Weil ich kann ja den Inhalt mitsamt der Kiste nicht mitnehmen. Es ist halt leider so. Ach, das wird schon reichen. Mäh. 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 Äh. Ja. Hm. Hm. Ach, ich nehme mal noch ein paar Großen mit. Mach ein paar Bowls draus. Wird schon so gehen. Ach nee, komm. Sag bloß, es wird wieder Nacht. Es wird wieder Nacht. Ich hab's. Wow. Hä? Ach du Scheiße. Okay. Hä? Was hab ich da jetzt gemacht? Hä? Äh. Hä? 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 Was ist das denn? Okay, das ist ekelhaft und verwirrend gewesen. Das gehört eben. Ziemlich verwirrend. Naja. Egal, machen wir das Beste aus der Sache und koffeln uns paar Bowls. Da halt. Ja, ein halbes Herz. Das ist jetzt auch nicht viel. Hm. Hm. Hier hatte ich noch einen, genau. So. Jetzt tun wir das dahin. Da, da, dahin. Und schon noch mehr Flower Bowl. Ich glaub, die Flowers, die heilen eigentlich genauso viel wie die anderen. Naja. Nehmen wir mal unseren Pfeil und Bogen. Ach du Scheiße. Hallo Pieper. Bam. Boom, Headshot. Äh. Aua, okay. Gut, ich mach mal das an. Weil, naja. Die wär schon. Äh. Okay. Oh, heil. Na. Oh, oh, oh. Schlecht getroffen. Aua. Äh. So. Oh. Hallo, Creeper. So. Keiner wird mich, äh, hinterlisten, äh. Hä? Äh, keine Ahnung. Wow. Ach du Scheiße. Okay. Ganzen Körper, ey. War da nicht eben ein Zombie? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm. Naja. Also ehrlich gesagt, weiß ich's gar nicht mehr und ich will das noch nicht mehr wissen. Wow. Okay. Trotz der Zahlen bin ich immer wieder überrascht. Ach ne, ich hab keine Lust zu sterben. Da kann ich jetzt gut drauf verzichten. Und noch ein halbes Herzchen. Herzchen. Hihi. Äh, nein. Los, folge dem Knochen. Oh, Eis, Eis, Land, Eis, Land. Finde ich schön. Oh, noch mehr Schafe. Oh, aber ich glaube, wir sollten mal wieder nach Hause marschieren, oder? Denke ich mal. Nein, nein, ich meine, es ist jetzt Nacht und so. Und ich will nicht draufgehen und alle Ressourcen verlieren. Das ist nicht so schön. Hier ist auch nichts. Dum, 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 ich wandle über das Eis. Kampus, äh, holz, äh, Stein. Oh, habe ich schon tausendmal durchgehört. Kann ich gleich drauf verzichten. Und du, Wolfie, kannst mal warten. So, habe ich noch ein Bett mitgenommen. Nö, dann muss ich mir jetzt eine Workbench samt, äh, Ding. Ding, koffen. Wie will schon. Ach, mache ich mir gleich, äh, eine Mütze. Hahaha. Wuhu. Und... Ein Bett. Und ich werde trotz Singleplayer-Mod... Äh, kann mein Mod... ...kein Home machen, oder was heißt ich? Go to, oder so. Das ist einfach schwul und gay und ich mach das nicht mehr. Oh, bleib mal stehen. So. Ähm, ja. Dum, 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 dum. Haha, mein Hund kocht mich an, während ich schlafe. Äh. Ja, und der hat mich gleich wieder runtergeschubst. Das ist unpraktisch. Ja. Jetzt muss ich, äh, zu ihm nach oben kommen, um... ...naja, ihn da runterzuholen. Und das meinte ich im Sinne von Rechtsklick und nicht, indem ich ihn... Äh. Ja. Indem ich ihm... Ja. Ja, das meinte ich jetzt nicht. Puh. Nein. Ach, da können wir da laufen. Oder? Guck ich mal nach. Okay. Aua. So. Oh Gott, das haben wir trotzdem mal gehört. Was... Was anderes an. Twilight Princess. Das hab ich nicht gehört. Auf jeden Fall nicht. Noch nie. Ich hab mich nicht gehört. Ich hab dich nicht gehört. Das hab ich nicht gehört. Was ist so. Ja. Das hab ich nicht gehört. Vielen Dank.